Feuerpfeile, die werden auf jeden Fall da reinpassen. So. Dann gucken wir noch, was hier drin war. Ein Diadem. Zauberanwenderstufe plus 1, ETW plus 2. Kann nur verwertet werden von Schamane. Ist unpraktisch. Also ist das für meinen Schatzort. So, Tentakel... Ranken abgeklungen. Ja, wie ein gut platzierter Feuerball schnell mal was ändern kann. Nein, von dem Brombeer halten wir uns fern. Ciao, Brownie. Also, das heißt, es geht ins Koalitionslager. Äh, nicht ins Koalitionslager, ins, ähm, Kreuzzuglager. Wenn man uns da reinlässt, wenn nicht, ähm, mit Hibinskien in den Hintern. Und? Was? Worum geht es diesmal? Ich habe erst beim Baumbeheilung. Was? Ich habe www.s EDK-255. Luczisch.net. So, dann ab ins Koalitionslager, ins Kreuzfahrer, ich sag's schon wieder falsch. Mein Name spielt keine Rolle, ich möchte das Lager betreten. Nehmen wir mal die drei. Ihr seid zu spät. Kayla nimmt jeden an, der ihren Zielen gutem Glauben entgegenbringt, doch guter Glaube ist in letzter Zeit selten. Viele haben versucht, das Lager unter falschen Angaben zu betreten, um einen Weg zu finden, die Eberfellbrücke zurückzuerubern. Der Bargäste hat erklärt, dass niemand, der sich nicht als würdig bewiesen hat, hineingelassen wird. Bis Brücken vorgefallen ist und die dort gelagerten Vorräte uns gehören. Aber ich möchte mich dem Kreuzzug unbedingt anschließen, muss nur eine Möglichkeit geben. Wie kann ich mich diesem Bargäst als würdig erweisen? Ihr sagt also, es gibt niemanden außer dem Bargäst, der die Autorität besitzt, mich ins Lager zu lassen? Nehmen wir mal das. Es ist Leutnant Karm, den ihr imponieren wollt. Er kümmert sich um die neuen Rekruten. Karmes Neffe Kerem ist vor zehn Tagen mit seiner Truppe verschwunden, als er auf der Suche nach dem Schlüsselstein war, der uns Zugang zum Brücken vorgewähren würde, um ihre Verteidigung zu durchbrechen. Karm steht seinem Neffen ziemlich nahe. Das tun wir alle. Er ist ein guter Junge. Er hat eine große Zukunft vor sich, zumindest falls er überhaupt noch eine Zukunft hat. Findet Kerem und ihr findet einen Freund in Karm. Seine Freundschaft ist der einzige Weg für euch, das Lager in absehbarer Zeit zu betreten. Nun geht, ich habe auch ohne euer Gejammer genug zu tun. Möge das Licht auf euch scheinen. Vermisste Patrouille. Ich muss die vermisste Patrouille des Kreuzes zum zerstörten Tempel im Osten finden. Also ja, dann kommen wir hier erstmal nicht weiter. Sondern nur hier. Ich werde mich in Hand umdrehen, darum kümmern. Das Gebiet ist jetzt nicht ganz so groß. Also dann seht man hier ran, wie groß uns... Guten Tag, seid mir gegrüßt? Oh, wen haben wir hier? Kugan. Hallo da, Freund. Gestattet mir einen Hinweis. In dieser Gegend gibt es überall Spinnen. Kleine, große, richtig große. Wenn euch euer Leben liebt, dann wagt ihr euch in keine der Höhlen, die ihr vielleicht seht. Möge Timur euch holmt sein. Lebt wohl. Hm. Okay, jetzt ist der Bergflüge pisst. Minus, versuch's nochmal. Du bist Weitläufer. Okay, soviel dazu. Bergriese. Hm. Wie heißen sie Bergriese? Interessant. Oh, das sind Handschuhe, oder? Ja, Handschuhe, Bogen. Schöne Sachen. Pfeil der Bruchbohrung. Pfeil des Zauberbruchs. Auch das noch. Pirscherhandschuhe. Geschicklichkeit plus eins im Schatten verstecken. Multiplikator für hinterherdinger Angriff. Hm. Komposit-Langbogen. Sie trägt ja einen besseren. Etw und Schaden. Etw und Schaden. Ja, okay. 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 Sie trägt schon die Kämpferhandschuhe. Und sie trägt Rüstungsarmschienen. Also geht, gehen die auch erstmal hier in den Sack. Worum, wie ihr wünscht. Und ja, ich habe irgendwie jetzt dauerhaft in diesen Gebieten hier die Begehbarkeitsanzeige an. Boah. Boah. Ja? Ich habe gerade keinen Kettenzauber mehr. Dann machen wir uns mal einen neuen. Ich habe gerade keinen Kettenzauber mehr. Dann machen wir uns mal einen neuen. Ähm. Ich bin yours, um zu command. Wie kann ich helfen? Und dann haben wir jetzt noch eine Verteidigungs-Koordination. Ich bin yours. Ich bin yours. Ja, wie ihr wünscht. Bleed for sure. A wizard's mate. Another try, I shall get. Wie kann ich helfen? Ich werde mich am drehen, darum kümmern. Wieder täuscher, Bastien. B tela Lock was, holden Sie aus dem Weg. Ich werde mich für investieren. Ich werde mich umsch abort wcount. ialik sie mit Ihnen. Geben sie selber. Sie sind mit einem Aug yourad우로 gespies. Baczy D 살짝. Verzeih다는. Ich werde mich umschatzen. oder auch noch der rüdel an ein ruder anführer ist unter ihnen gewesen okay ja wenn wir hier raus gehen da kommen wir nirgendwo hin ich werde mich im hand umdrehen darum kümmern okay die spinnen hauen in ihre hülle ab ganz ehrlich wollen wir auf die warnung hören oder einfach mal neugierig also klar bevor wir da reingehen so ist besser ich werde mich im hand umdrehen darum kümmern okay die höhle hat ein bisschen ich werde mich im hand umdrehen darum kümmern ja ich werde mich im hand umdrehen darum kümmern okay irgendwer hat ein stufenaufstieg dünner hier hat ein stufenaufstieg 2 und 5 grad oh da hat sie zwei jetzt dann eben noch mal furchtbannen und kloppen ja und 5 noch ein sonnenfeuer eigentlich will ich ja sobald es geht dünner hier und minsk wieder durch nera und dorn ersetzen sobald ich mal weiß wo die beiden abgeblieben sind feuchte hüllen zittern als die kreaturen die den eiern stecken um ihre freiheit kämpfen wo markt ist ordentlich er hat mal eine schlechte erfahrung mit einem netz gemacht er will nicht darüber reden und dann hat unokkrieg wiegt was er hier drin müssen wir aufpassen nicht nur weil es viele spinnen gibt sondern auch weil es spinnen fallen gibt ok jetzt haben wenigstens die falle aufgehört wer hat sich jetzt das schwert geschnappt und dünner hier Trennung diesen Bastardschwert plus 5 Trefferpunkte pro Treffer 15% Chance dem Ziel 1 wie 4 Trefferpunkte abzuziehen und auf die Träger zu übertragen es wird den Träger nicht über das Maximum hinaus heilen wirkt nicht bei unterholen Konstrukten und extraplanaren Kreaturen ja da wir keinen jemanden haben der das fragen kann kommt es in den Sack wie ihr wünscht ja 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 Oh!